Hallo! Notiz an mich selber, Kabel besser wegräumen. Und damit Willkommen zum diesjährigen Vlogmas auf dem Pommesman Kanal. Wer das noch nicht weiß, was das ist, ist ganz einfach. Es gibt vom 1.12. bis zum 4.12. gibt es jeden Tag ein Video. Mal kürzer, mal länger. Meistens werden es auch Vlogs sein. Und es gibt aber trotzdem jeden Tag etwas zu gewinnen. Das Einzige, was du machen musst, ist halt eben diesen Kanal abonnieren und dementsprechend dem entsprechenden Hashtag kommentieren. Und dann bist du schon dabei. Ganz easy und ganz einfach. Ich habe schon ganz viele Geschenke abgestaubt und es gibt natürlich auch von mir einige Geschenke, also sprich Messer, Grillmacheten und und und. Und es gibt super viele Sachen, die alle jetzt auf dem Weg, auf dem Postweg gerade zu mir sind. Also wenn das Video jetzt siehst, sind diese Sachen schon bei mir, weil wir dann schon Dezember haben, bzw. heute ist ja ein Tag vor dem 1.12. Das ist ja dieses Ankündigungsvideo. Und deswegen gibt es, wie gesagt, ab morgen, ab 18 Uhr, jeden Tag vom 1.12. bis zum 24.12. ein etwas kurzes oder etwas längeres Video und es gibt immer was zu gewinnen dabei. Cool, wa?